Ein herzliches Willkommen hier wieder zurück bei Clash of Clans. Ja, endlich kein Schnupfen mehr hier. Ja, endlich, ne. Ähm, jetzt kann ich wieder gesund aufnehmen, ohne, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, zu Nase, ne. So, ähm, ich, ähm, wollte heute nochmal die, ähm, Clan-Krieg-Wiederholungen zeigen. Sieht so aus, unser Opfergewinn, äh, ist 20.30 Uhr, ne halbe Stunde, 37 zu 23. 20, ähm, müsste, ja, ein Sieg für uns sein, hoffe ich denn doch mal. Ähm, und, ja, jetzt würde ich ganz gerne die restlichen Krieg-Ereignisse zeigen. Es war ja gewünscht, dass ich die mal so zeige. Ähm, welche hatte ich denn, wollte ich denn aufgehört? Ich weiß gar nicht, ne. Ähm, ich glaube, die sind gestaffelt nach Ereignis, oder? Sind sie, ne? Genau, die sind, die sind nach Ereignis gestaffelt und ich hätte, glaube ich, bei Shahin, hatte ich, hatte ich bei Shahin aufgehört? Weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ähm, ne, ich hatte, ich hatte das letzte Mal, hatte ich Phil gezeigt? Nö, ich glaube, Phil hatte ich gar nicht gezeigt, oder? Hatte ich? Weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, bei Shahin, Shahin hatte ich gezeigt. Ich gucke mal, Phil, was hast du denn? Ähm, zeigen wir mal das. Habe ich das gezeigt? Weiß ich nicht. Ich mach mal auf die schnell, äh, zweimal schnellere, ähm, Variante. Gucken wir mal. Ach, ähm, ja, da wurde hier das rausgelockt, aber es ist ganz schnell gestorben, wie ich hier sehe. Und dann, was dann? Achso, dann kommt man da von der anderen Seite, ne. Es ist auch interessant, dass man hier sowas versucht. Äh, und jetzt? Passiert ja nix? Nö. Doch, passiert. Aber gucken wir uns das Ganze mal an. So, tot, tot, tot. Das ist lustig, also so schnell, äh, sind hier ein paar Truppen tot und dann kommt man da mit den Riesen ganz schnell an und haut alles hier kaputt in der Defensive. Welches Level sind denn die Riesen? Die sind ja stark, also der Angriff von denen, der ist ja stark. Wenn ich mal solche Riesen hätte, die so einen Angriff hätten, oah, dann wäre ich ja dankbar. 4, 5, 3, 2, was für ein Level ist das denn? Das ist doch, das ist richtig stark. Gucken wir mal hier, was, äh, ja, nix. Ja. Ähm, ah, das ist richtig stark, was man hier an Riesen sieht. Also das, das kommt mir gleich mit, ähm, mit so einer Herde Kurbeute. Äh, ja, Kurbeute, diesmal sage ich es richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall sind die recht cool. Ja, also, und dann kann man ganz zu Dorf auch ganz schnell auseinandernehmen. Ich spume ein bisschen vor auf hier, den Rest, den kennen wir ja, zack, 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 zack. Und das alles ist kaputt und dann hat man auch schon gewonnen. Und, ja, dann gucke ich mir jetzt nochmal die nächsten Kämpfe hier an. Was gibt's denn hier noch für Kämpfe? So, ähm, gehen wir mal weiter. Ja, so, ähm, Nachfüll haben wir, was haben wir denn danach? Du, von Pferd, hab ich von Pferd schon gezeigt? Hm, 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 hab ich, hab ich, weiß ich nicht. Egal, falls, dann zeige ich jetzt doppelt. Hm, 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 hab ich das schon gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Ach, ne, das hab ich schon, das hab ich schon gezeigt, genau. Stimmt, das hab ich schon gezeigt. Ähm, da müssen wir mal kurz weitergehen. Ich habe, wenn ich mich nicht recht erinnere, hab ich hier bei Schahin aufgehört. Ja, hm, da müsste ich, glaube ich, ab Ich bin Tanki zeigen. Glaub ich. Oder, äh, 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 äh. Hier mal hoch. Hier die Maus immer mit dem Scorn. Das ist ein bisschen komplizierter anstatt, ähm, mit dem Handy. Gucken wir das Ganze mal hier an. Husten hab ich aber noch. Ja, ähm, das ist das Schlimme. Ich stehe genau im Durchzug im Praktikum, ne. Ist ein bisschen doof, aber na gut. Hm, wann kommen denn hier mal Truppen an? Schon eingepennt, ne. Ja, die sind eingepennt, die Truppen. Die wollen gar nicht kommen. Die wollen nicht. Aber dann kommen sie von da. Und ein paar Riesen, äh, mit dem Ballon. Das ist auch recht cool, ne. Ja, mit dem Ballon drüber fliegt. Aber, ja, leider ist ein Luftabwehrgeschütz da. Was die Sache erschwert. Schreiben wir denn so viele hier im Kartenladen? Ja, also es ist, wie man sehen kann, ähm, ja, sehr, ähm, aktiv, sag ich mal. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, in der letzten Folge, ich werd, ich werd die, ähm, Leute, die dauernd weg sind, nicht tolerieren. Ähm, ja, ich werd das halt so handhaben, wie ich dat will. Oh, entschuldigt, ähm, ja, heute kein Stopfen, aber Husten. Ja, äh, gut. So, und das Ganze geht hier vonstatten. Machen wir mal schneller. Ja, schneller, schneller. Damit ihr mal schneller arbeitet. Wollen wir doch alle mal sehen. Zack, zack, zack. Und dann geht das Ganze kaputt. So. Und tschüss. Gehen sie wieder nach Hause. Ja. Geht da aus dem Reich raus, nach Hause. Kriegskarte, hätte ich gern gesehen. So. Kriegsergebnisse. Mh. Vom Beastgamer. Müssen wir nochmal zeigen. So. Seitdem gekämpft. Ah, genau. Das haben wir definitiv noch nicht gesehen, muss ich. Äh, glaub ich jedenfalls, oder? Oh, mit Blitzen. Boah, ich will auch Blitze haben. Mann, das ist so unfair. Ich will auch. Aber kommt erst später. Ja, wie gesagt, die sagen ja alle, die Leute, na, später kriegst du alles, ne. Und dann geht das Ganze vonstatten und man weiß gar nicht, wie. So, Gesamtschalen. Momentan mal 3%. Man lässt sich Zeit, entwickelt eine Strategie und dann greift man mit Bogenschützen an. Diese Bogenschützen-Taktik ist übrigens auch ganz cool. Muss ich mir auch mal machen. Wenn ich die Bogenschützen hochschraube. Aber ich, ich glaub, ich glaub, äh, ich, äh, greif lieber mit Barbaren an, irgendwie. Aber, hm. Die haben mehr Leben. Aber muss ja jeder für sich selber wissen, wie er angreift, ne. Und da, also, boah, so viele Bogenschützen, das ist ja viel. Ja, so ne Taktik ist ganz cool. Mit so vielen Bogenschützen. Dann hat man hier schon die 50% erreicht, wenn man die ganzen Außengebäude kaputt bombt, ne. Ah, das Gute am Bogenschützen ist ja, die müssen die Mauer nicht kaputt machen. Können einfach drüber schießen. Das ist ja das, was die Bogenschützen auszeichnet. Und jetzt kommt hier der King. Ui, der King. Boah, hab ich das schon gezeigt? Ne. Irgendwo anders war ein King. Oder, oder doch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hab ich das schon gezeigt? Wollen wir mal gucken. Aber, machen wir mal eine zweimal schnellere. Dann kommt der King da durch und zerschrottet all die Gebäude. Die armen Gebäude hier. Die armen Gebäude. Alle durch das große Schwert kaputt gebombt. Level 1. Bei den, bei den, äh, stärkeren Leuten hab ich das ja schon auf Level 40 gesehen. Wie teuer da war, äh, wie teuer ist das denn, wenn man den upgradet? Ist das so teuer? Wenn, ja, keine Ahnung. Ich weiß das ja nicht. Ich weiß das wirklich nicht. Und dann wird das Ganze da kaputt gemacht. Da, da, da. Draufgeschossen. Ne, das hab ich nicht gezahlt, ne? Nö. 134. Respekt. Ja. Da hat man nur mit Bogenschützen angegriffen. Und den King. Das ist, das ist ja mal mutig. Das tolerier ich. Das find ich gut. Ähm. Was hat man hier? Mh. Wir können ja mal noch eine Verteidigung zeigen. Hier von Teenage Citro. Der hat das ganz gut gemacht. Hier sind sie nur mit einem Stern, äh, durchgekommen. Oh, die Verteidigung ist sogar ganz gut, muss ich sagen. Die Mauern, die sind richtig gut. Ja. Vergleichsweise mit meinen Mauern, ne? Ich hab grad mal auf Stein umgerüstet. Ähm. Und das ist mir bis jetzt noch zu teuer, ne? Und dann kommt da, ähm. Und dann kommt da jetzt eine Mauer mit 5000. Wenn ich die nochmal upgrade. Ach du Scheiße. Und dann irgendwann 30.000. Ui. Ach ja. Da hast du ja dein... Stimmt. Rathaus ist ja aus Versehen rausgestellt. Und nicht wieder rein. Beschleunigen war mal. Ich will mir das Ganze nicht angucken. Hier mal vier. Dauert ja ewig. Der dauert ja wirklich ewig. Und dann ist ihm die Zeit abgelaufen, oder? Oder ist die Zeit abgelaufen? Weiß ich nicht. Was dauert wirklich ewig? Ich hab schon noch viermal beschleunigen. Und dann... Ja. Das hat ewig gedauert. Zack. Kaputt. Das war auch eine schöne Verteidigung. Dann hatten wir das Rathaus kaputt gemacht. Dann zack in der Bombe gelaufen. Und tot war er. Also das fand ich amüsant. Das fand ich wirklich amüsant. Und jetzt haben wir hier nochmal, ähm. Eine mit einem Stern. Ein Stern. Der deine Namen trägt. So. Ähm. Da haben andere noch versucht anzugreifen. Ah. Nullstunde geholt. Das ist aber kein Problem. Wir führen ja eh schon so hoch. Ja. Und was haben wir hier? Oh. Wie sind die denn? Ach so. Da oben. Von da oben kommt man. Das will ich nochmal von der anderen Seite kommen, oder? Nö. Kommt man nicht. Aber egal. Es reicht ja mit den Schweinereitern. Die springen über alles drüber. Und die Drachen. Die fliegen einfach, ne? Also. Solche Luftabwehrgeschütze sind gegen Drachen richtig effektiv. Wie ich ja sehe. Das ist ja richtig krass. Weil Luftabwehr ist einfach krass. Die sind richtig stark. Weil. Wenn ich mal bei den größten. Bei den besten Spielern geguckt hab. Auf dem Maximallevel 320 Schaden. Bombst du einen rein. Zack. Kaputt. Aber. Ich weiß nicht, ob die auf Level 1 auch so krass sind. Keine Ahnung. Muss man mal gucken. Naja. Da hat man es nicht ganz geschafft. Aber wenigstens den 1 Stern hat man hier ja geholt. Das ist. Äh. Das ist ja auch ganz gut. Besser ein Stern als kein Stern. Dann sag ich mal. Näh. Schneller. 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 So. Du musst mal schneller hier attackieren. Geht ja sonst nicht weiter. Es geht wirklich sonst nicht weiter. Hab ich schon die Folge für Freitag. Näh. Freitag. Hier heute. Oh. Das ist schnell kaputt gegangen. Näh. Wirklich schnell. Und hat der King da zu tun. Näh. Der arme König. Näh. Dann wird er beschossen. Der scheiß König. Äh. Ich bin König. Werde ich beschossen. Schlimm. So. Dö tö tö. Dö tö tö. Wird die Mauer kaputt machen. Schaffst du nicht. Alter kriegst du noch was. Da kriegst du noch was. Ist ja schön. Und dann wird er wahrscheinlich gleich kaputt geschossen von irgendwas was kommt. Alter ganz wenig Leben. Aber wenigstens hat man noch ein paar Ressourcen abgestoppt. Das ist doch wenigstens toll. Und dann kommt der Schieß drauf. Und zack. Ist man tot. Aber ne gut. Ja. Kann mal passieren. So. Jetzt hab ich alles gezeigt. Guck mal. In drei Minuten ist der Kampftag auch schon zu Ende. Gut. Dass ich jetzt so früh aufgenommen hab. Damit ich die Wiederholung zeigen kann. Aber ne gut. Denn würde ich an dieser Stelle ganz gern die erste Folge für heute beende. Ich mach nach 21 Uhr noch eine. Ähm. Um halt die Ergebnisse zu zeigen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Clash of Clans wieder.